Herzlich willkommen bei amerikanischen Kühlschrank 247.de Ja, wir stehen hier bei dem RCE24, der wird noch immer geliefert als General Electric Kühlschrank. Der RCE24, der ist ausgestattet mit einem Eiswürfel-Dispenser. Der Eiswürfel-Dispenser gibt Krust-Eis, Eiswürfel und kaltes Wasser. Natürlich hat er ein Licht und Sie können auch wieder die Temperatur hier einstellen. Der RCE ist erhellig in alle Ralf-Varben und natürlich in Edelstaal und natürlich Edelstaal-Latüren für den Einbau. Mit 666 Liter und 60 cm Tiefe ist das wieder ein ganz schöner Kühlschrank mit ganz viele Optionen die standaard dabei kommen. Auch diese Kühlschrank wird als Vorraad geliefert.